In Teil 2 dieser Videoreihe lernst du das erste Gossen'sche Gesetz kennen. Das Beste daran ist, dass du dieses Gesetz beim Feiern mit deinen Freunden vermutlich schon längst gelernt hast. Du weißt es nur noch nicht. Los geht's! Wenn du bereits einmal einen feierwilligen Freund bei einer abendlichen Bartour begleitet hast und diesen beim Trinken von Cocktails beobachtet hast, dann ist dir eventuell folgender Zusammenhang aufgefallen. Der erste Cocktail des Abends wirkte vermutlich wie ein Kickstart für deinen Freund und katapultierte diesen direkt auf Partywolke 7. Nach dem zweiten Cocktail war es ihm vielleicht sogar möglich, mit Gästen an der Bar zu flirten. Der dritte Cocktail innerhalb dieser kurzen Zeit hat seine Partystimmung womöglich nur noch leicht erhöht. Und auf den vierten Cocktail hätte dein Freund vielleicht lieber verzichtet. Was du bei deiner Barstudie gelernt hast, kannst du auch bei dem Konsum von Donuts oder Pizza beobachten. Die Erfahrung zeigt, dass der zusätzliche Nutzen aus dem Konsum eines Gutes immer kleiner wird, je mehr man davon konsumiert. Aus Teil 1 kennst du bereits die Definition von Nutzen. Außerdem hast du gelernt, dass der Grenznutzen die Veränderung des Gesamtnutzens durch den Konsum eines zusätzlichen Cocktails darstellt, während der Gesamtnutzen den Nutzen aller konsumierten Cocktails innerhalb eines bestimmten Zeitraums darstellt. Für das erste Gossensche Gesetz wird zudem davon ausgegangen, dass der Nutzen in absoluten Zahlen ausgedrückt werden kann, also kardinal messbar ist. Solltest du mit diesen Begriffen Schwierigkeiten haben, dann schau dir jetzt Teil 1 oben rechts an, bevor du weitermachst. Wir schauen uns nun gemeinsam an, wie sich die Konsummenge von Cocktails auf den Gesamt- und Grenznutzen auswirkt und leiten hieraus das erste Gossensche Gesetz ab. Aufgrund der Annahme, der Nutzen sei kardinal messbar, kennen wir den Gesamtnutzen in Abhängigkeit der Anzahl bereits getrunkener Cocktails. Wir wissen beispielsweise, dass der Gesamtnutzen 60 Nutzeneinheiten beträgt, wenn eine Person bei einer Bartour insgesamt nur einen einzigen Cocktail trinkt, während der Gesamtnutzen einer Person, die drei Cocktails in derselben Zeit trinkt, 120 Nutzeneinheiten beträgt. Mit Hilfe dieser Wertangaben können wir den Zusammenhang auch grafisch darstellen. Hierzu übertragen wir einfach die einzelnen Mengen-Gesamtnutzen-Kombination in das Diagramm. Wenn wir die Punkte anschließend verbinden, dann erhalten wir eine nach unten geöffnete Parabel. Der Gesamtnutzen scheint also zunächst mit jedem weiteren Cocktail zu steigen. Die Zuwachsraten werden dabei aber immer kleiner, bis der Gesamtnutzen ab einer bestimmten Cocktailmenge sogar anfängt zu sinken. Schauen wir uns nun noch den Grenznutzen an. Der Grenznutzen ist die Veränderung des Gesamtnutzens durch den Konsum eines zusätzlichen Cocktails. Wenn eine Person noch keinen Cocktail getrunken hat, dann verschafft ihr der Konsum des ersten Cocktails einen Grenznutzen in Höhe von 60 Nutzeneinheiten. Wenn sich diese Person dazu entscheidet, im Anschluss noch einen zweiten Cocktail zu trinken, dann stiftet ihr dieser zweite Cocktail einen Grenznutzen von 40 Nutzeneinheiten. Auf diese Art kannst du den Grenznutzen jedes weiteren Cocktails berechnen. Auch dieser Zusammenhang lässt sich grafisch in einem Diagramm darstellen. Da der Grenznutzen des ersten Cocktails entsteht, während dieser getrunken wird, erfassen wir den Grenznutzenwert dieses ersten Cocktails zwischen 0 und 1 Mengeneinheit. Den Grenznutzen des zweiten Cocktails erfassen wir nach diesem Prinzip zwischen 1 und 2, also bei 1,5 Mengeneinheiten. Wenn du auf diese Weise alle Kombinationen überträgst und verbindest, erhältst du eine Gerade mit negativer Steigung. Damit bestätigt sich die Erkenntnis aus deiner Barstudie, dass der Konsum jedes weiteren Cocktails einen niedrigeren Grenznutzen hat als der Cocktail zuvor. Du weißt nun alles, um das erste Gossensche Gesetz wirklich zu verstehen. Der Grenznutzen nimmt mit zusätzlichem Verbrauch ab. In dem Punkt, in dem die Mengenachse geschnitten wird, liegt die Sättigungsmenge. Der Grenznutzen beträgt hier 0. Jeder weitere Cocktail schadet mehr als er nützt und verringert so das Gesamtnutzenniveau. Demzufolge sollten nur so viele Mengeneinheiten eines Gutes konsumiert werden, bis der Grenznutzen 0 beträgt. Also bis die Sättigungsmenge erreicht wurde. Denn bei dieser Menge ist der Gesamtnutzen maximal. Diesen Zusammenhang erkennst du auch, wenn du von der Sättigungsmenge aus eine senkrechte zur Gesamtnutzenkurve zeichnest. In diesem Fall triffst du auf den Hochpunkt und damit auf das Gesamtnutzenmaximum. Bis zu diesem Punkt steigt der Gesamtnutzen, bevor er nach dessen Überschreiten als Folge der negativen Grenznutzen weiterer Güteeinheiten anfängt zu fallen. Diese Erkenntnis wird in dem ersten Gossensche Gesetz zusammengefasst. Nach diesem Gesetz sollte ein Haushalt, der sich nach dem ökonomischen Prinzip verhält, exakt so viele Einheiten eines Gutes konsumieren, bis der Grenznutzen 0 beträgt. Da der maximale Gesamtnutzen eintritt, wenn die Sättigungsmenge erreicht ist. Vor deiner nächsten Bar-Tour solltest du unbedingt die Übersicht aus der Videobeschreibung auszogen und mit deinen Freunden besprechen. So kannst du deine liebsten Menschen vor negativen Grenznutzen schützen und musst selbst niemandem die Haare halten. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr auf positiven Grenznutzen steht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017